Es gibt einen neuen Nachrichtensender auf dem Balkan. Euronews Albanien ist auf Sendung gegangen. Die Kooperation mit der albanischen Inmedia und der Euronews-Gruppe hat sich journalistische Werte wie Neutralität und den bekannten multikulturellen pro-europäischen Ansatz mit Berichten aus Europa und der Welt auf die Fahnen geschrieben. Euronews Albanien wird die Referenz für objektive und unabhängige Nachrichten für Albanien und überall, wo auf dem Balkan albanisch gesprochen wird, im Kosovo, in Nordmazedonien und wo immer Albaner leben. 150 Menschen arbeiten in der albanischen Hauptstadt Tirana, 90 davon Journalisten. Dazu kommen Büros im nordmazedonischen Skopje und in Pristina im Kosovo. Neun Monate wurde trainiert, um über den Tag drei Nachrichtenformate präsentieren zu können. Dazu kommen Hintergrundberichte und journalistische Talkformate.